Hallo liebe Community, vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute spielen wir Counter-Strike. Ja, Counter-Strike. Sollte den meisten eigentlich von euch ein Begriff sein, aber dieses Counter-Strike, was wir heute spielen, das kennen wahrscheinlich die wenigsten. Und zwar spielen wir Counter-Strike 2D. What the fuck? Counter-Strike in 2D, das geht doch gar nicht. Doch Leute, das geht. Dieses Spiel ist schon, boah, bestimmt 7, 8 Jahre alt oder noch älter sogar. Ich habe das damals schon gespielt. Und jetzt gerade eben ist mir das eingefallen, ich habe es mir runtergeladen und jetzt probieren wir es einfach mal wieder aus. Lasst euch überraschen. Ich bin gespannt, wie das Spiel nach 8 Jahren ist. Wahrscheinlich genauso wie früher. So, wir gehen mal auf Find Servers, wir suchen uns mal einen Server raus. So, das 2. Nehmen wir mal den hier. So. Da sind wir auch schon drin. Mann, das sind ja alle Zeiten. Traumhaft. So, wir gehen mal zu den Terroristen. So, das müssen wir auch nicht warten. Sieht lustig aus, oder? Nein, das Spiel ist echt nice. So, wir kaufen uns mal was. Dann holen wir uns mal eine MP5. So. Wie viel Kohle haben wir noch? Ah, wir haben noch genug Kohle. Equipment. Noch eine Kevlar. So, und los geht's. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich bin. Oh Gott, ist das ungewohnt. Okay, das ist einer von uns. Oh, die Steuerung ist echt gewöhnungsbedürftig. Oh, was ist das denn? Oh, oh, nein. Wir sind tot, verdammt. Das war aber schnell. Das muss ja ein Kopfschluss gesehen sein. Alles Leute, ey, das Spiel ist so witzig. Jawoll, sehr gut. Frag mich, was dieses Rote da ist. Sieht aus wie eine Signalgranate oder so. Also, die Töne sind echt wie beim Original Counter-Strike. Genau die gleichen Sounds. Und das macht das Spiel dann auch so authentisch. Na, werden wir gewinnen oder werden wir verlieren? Da kommen Erinnerungen hoch, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Wie gesagt, ich hab das Spiel schon vor Jahren gespielt. Sehr schön, wir haben gewonnen. So muss das sein. Jetzt holen wir uns noch mal eine anständige Waffe. Und zwar eine AK. Kevlar-Weste und einen Helm. Und eine Granate, würde ich sagen. So, let's go. So, hier sind wir im Tunnel. Oh, verdammt. Warum sterbe ich so schnell? Ist ja unglaublich. Unfassbar. Aber ich glaube, es laggt auch ziemlich. Also, ich hab ein ziemliches Delay drin. Weil ich lade nebenbei nämlich gerade noch ein Video hoch. Und da ist der Upload einfach mal ausgereizt. Was mich am meisten an Corona-Strike stört, ist die Wartezeit. Ja, bis wenn man tot ist, muss man warten, bis es wieder, bis alle tot sind und einer gewonnen hat. Und das ist halt leider ein bisschen, ja, nervig. So. Wir kaufen wieder fleißig ein. Bam. Oh, ist einer von uns. Nein, warum stirbt der nicht? Wo? Habt ihr den gesehen? Also, der war noch weg, auf einmal. Ey, unfassbar. Oh, ich bin übrigens extrem müde, Leute. Wirklich extrem müde. Die Nacht war kurz. Aber am Tage schlafen ist nicht, weil es müssen Videos gemacht werden. Ja, klar, versteckt er sich unter einer Palme? Ich glaub's ja wohl nicht. Was schreibt er hier? Richtige Schlampe. Eier lecker. Wie kann ich denn schreiben? Egal. So. Eingekauft haben wir. Kann man eigentlich auch springen? Oh, da war einer. Habt ihr den gesehen? Nein! Oh, Mann. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass das Ganze ziemlich laggt, weil ich halt nebenbei noch einen Upload mache. Das wird beim nächsten Mal aber nicht so sein. Mal klar, unter der Palme verstecken, ey. Das ist ja unglaublich. Hasse CT-Seite. Ja, toll. Wen interessiert das? Also mich jedenfalls nicht. Ja, genau. Schießen wir einfach ins Blinde und finden das Korn dann. Komm, ein Kill möchte ich gerne machen. Wenigstens nur ein. Ja, nur ein wenigstens. Ein einziger Kill würde mich meinen. Ach, ich hab die Bombe sehe ich gerade. So, Bombe platziert. What? Warum bin ich auf einmal wieder bei der Bombe? Was geht denn hier ab? Granate, Granate. Haben wir ihn gekillt? Nein. Ach so. Okay. Runde ist zu Ende. Schock. Nein. wo 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 man leute kommt immer ein einzigen kill mehr möchte ich doch gar nicht ja genau man ja leute wie ihr seht ich bin grotten schlecht ihr könnt es besser machen ladet euch das spiel runter ist das kostenlos das macht einfach nur fun beim nächsten mal habe ich da nicht so ein delay dann bin ich vielleicht auch ein bisschen besser und ja vielleicht spielen wir sogar mal eine runde zusammen wer weiß das schon gucken wir mal was die zukunft bringt eure meinung bitte in die kommentare wie findet ihr das ganze und dann werde ich vielleicht noch mehr videos darüber machen eine runde machen wir noch und dann ist ende nein warum warum schmeiße ich die granate verdammt wieder fast tot 16 leben noch wo ist dann meine waffe hin ich bin schon wieder tot naja soll nicht sein wir haben nicht einen einzigen kill gemacht oder oh doch wir haben 1 zu 6 wir haben ein kill leute naja nächstes mal wird es bestimmt besser also vielen dank fürs einschalten wie gesagt eure meinung bitte unten in die kommentarbox und dann bis zum nächsten mal macht's gut bis dahin und tschau ja ja